Olli Rockisch ist hier, das erste Spiel nach einer langen Pause mit dem Ausgang, den ihr euch so mit Sicherheit nicht vorgestellt habt. Kannst du schon abschätzen, woran hat das gelegen heute? Ja, wir haben klar ein paar Verletzte gehabt, haben uns aber trotzdem viel vorgenommen. Erstes Spiel zu Hause gegen eine Top-Mannschaft aus Waderskopje. Aber wir haben nicht von der ersten Sekunde an nicht ein Spiel gefunden, waren in der Abwehr nicht aggressiv genug, haben unseren Torhütern nicht geholfen. Und Waderskopje hat es vorgemacht, schön aggressiv in der Abwehr. Schiris haben heute einiges zugelassen und wir konnten nicht dagegenhalten, haben vorne zu viele Bälle weggeschmissen, waren viel zu uneffektiv aus dem Rückraum und dann verlierst du zurecht. Wir haben immer ein bisschen Tuchfühlung noch gehabt, vier, drei Tore, aber man hatte immer das Gefühl, Waders konnte immer noch zulegen und wir müssen uns um 100 Prozent steigern. Ihr habt jetzt gleich am Wochenende das nächste Spiel. Ist das ein Vorteil oder vielleicht auch ein Nachteil, wenn man jetzt gleich mit so einer Niederlage startet, aber jetzt hat man gleich die Chance, es besser zu machen am Wochenende gegen BRC? Ja, ich bin sicher, dass die Mannschaft auch kritisch genug zu sich selbst ist, zu wissen, dass wir heute keinen guten Auftritt hingelegt haben und jeder Einzelne sich hinterfragen wird und am Wochenende ganz anders auftreten, weil der Bergstedtsee wird es vormachen. Das ist eine Mannschaft, die kämpft bis zum Unfall und wenn du da nicht aufs selbe Level kommst, dann verlierst du gleich nochmal. Von daher haken wir das Spiel heute ab, jeder muss sich da hinterfragen, was heute los war und wir als Mannschaft müssen ganz anders auftreten und ich bin sicher, dass es am Wochenende anders aussehen wird. Die letzte Frage, ihr habt vor dem Spiel gesagt, eigentlich das Duell mit Waders ist so ein Kampf um Platz zwei, das haben wir jetzt verloren. Wie ist die Ausgangslage in den jetzt kommenden drei Gruppenspielen in der Champions League? Ja, ich glaube, jetzt sollten wir erstmal auf das Spiel am Wochenende gucken und jetzt gar nicht so sehr zu schauen, was ist mit Champions League und Köln mal ganz hinten anstellen. Weil wenn wir so auftreten, haben wir keine Chance nach Köln zu fahren, dann haben wir es auch nicht verdient. Und jetzt müssen wir am Wochenende in der Bundesliga erstmal zeigen, dass wir ein anderes Gesicht zeigen, ganz anders auftreten, die Halle auch wieder mitnehmen. Denen kann man heute wirklich ein riesen Kompliment machen, dass sie 60 Minuten hinter der Mannschaft gestanden sind beim Spiel, wo es wirklich nicht optimal für uns lief. Und das war das Positivste heute und wie gesagt, die Jungs werden am Wochenende ein anderes Gesicht zeigen.